Hallo Kinder! In diesem Film werdet ihr lernen, was eine Fabel ist. Kennt ihr Pia? Sie hilft euch dabei. Sie weiß, was eine Fabel ist, denn sie hat ein dickes Buch mit Fabeln aus aller Welt. Fabeln sind Erzählungen. Man nennt sie Fabeln, weil sie bestimmte Besonderheiten haben. Dazu wird Pia euch gleich noch einiges berichten. Aber als erstes schauen wir ins Lexikon. Da steht Eine Fabel ist eine kurze, belehrende Erzählung. Hauptpersonen sind Tiere, die menschliche Eigenschaften haben. Hui, das hört sich erst mal kompliziert an. Auch Pia verschw- Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.